Hallo Leute, wer hätte das gedacht, es gibt eine zweite Staffel, ich weiß gar nicht mehr wann die letzte war. Mal schauen, ich sollte mich konzentrieren, Tanja ist in letzter Zeit so extrem wissensbedürftig. Ich muss mal herausfinden warum. Ich will es, jetzt sofort wissen. Autsch, das war eine Tomate. What the fuck, I never expected that kind of shit. Geht schon wieder, was hältst du davon, wenn du mir endlich mal erzählst? Make shit snack minor presentation. Well, what was a very interesting interruption, let's move on. Ach Mino, keiner hat mir gesagt, dass ich hier aufräumen muss. Oh, was war denn das? Dein ganzer Schrott, den du seit letzter Staffel immer noch nicht aufgeräumt hast. Und ich zeige dir noch was. Und fertig, ist doch jetzt viel schöner. Danke, hätte ich niemals alleine geschafft, was willst du von mir? Das will ich dir später erzählen, komm wir kaufen noch etwas Neues für deine Wojung ein. Dieser Mr. Reat wird mir niemals sagen, was ich wissen will. Ich muss jetzt erstmal in den Wald, vielleicht ist dort etwas zu finden. Huch, das sieht aber interessant aus, da muss ich mal drauf springen. Was war das denn? Ich sehe Nudeln mit Tomatensauce, die muss ich essen. Oh, ups, ich habe sie mit Teller gegessen. Sieht ziemlich leer aus der Lade. Ja, was machen wir da? Oh, ich werde angerufen. Hallo, hier ist Tanja, du musst unbedingt kommen. Hallo Tanja, was gibt es so Wichtiges? Ich bin gerade mit Esel neue Sachen für seine Wohnung einkaufen. Ich habe ein Computerspiel im Wald gefunden. Das ist doch bestimmt alles Quatsch. Doch man verschwindet in diesem Spiel, ich muss jetzt auflegen und das erste Level nochmal probieren. Oh Mann, das scheint ja schon echt spannend zu sein. Klingt gut, dann kaufen wir heute keine Möbel, der Laden hat sowieso geschlossen. Wir sind da, nur noch drauf springen und los geht's. Dann komme ich mit nach. Da seid ihr ja endlich. Soll ich schon mal Level 2 starten? Ja, mach das mal, sieht ja sehr cool aus. Viel Spaß. Ich habe eine Person, dann. Mal schauen, ob wir wirklich so sind. Was soll das denn für eine Frage sein? Verdammt, es gibt doch keine zweite Sonne, die um den Mond kreist. Da hast du recht, die ganzen Level in diesem Spiel sind einfach nur komisch. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Ich würde auf B dippen, die Sonne heißt Sonne. Das stimmt. Die Sonne heißt. Taxic Luxung. Jets die next fridge. Weeveel dollar hat es denn. Precedent in von Egypten Jakosta die. Pyramidum zu bauen. Die Entwarten signed. A. Tausend dollar. B. Ten Lorden dollar. C. One. Six times ten to the power of minus thirty-five. Meter. C. Ten million dollar. Das ist doch sehr einfach. Es können nicht minus 1,6 mal 10 hoch minus 35 Meter sein. Doch das ist genau die Planklänge. Und genau deswegen ist es. D. Wo sind die Antworten? Töp mir leidig kann dein Ergänz. Kürzen sei Wesson. Okay, higher sign, see you later. Oh, ich nehme die Antwort B. Es sind zehn Milliarden. Zehn Milliarden ist gar keine Zahl. Das hört sich eher nach zehn Mal Milliarden an. Mann, ey, ich lass dich machen. Wir haben sowieso schon verloren. V. Like this do I'm fact nerdom. Tania? Mal schauen, ob du direkt. Hada. Das freimt sich und deswegen sage ich C. C. Ten million dollar. C. Ten million dollar. Let's party. Ups, was war denn das? Tja, das würdet ihr wohl gerne wissen, aber das gibt es erst in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.